isco 36 minute kaum sage ich dass sie eigentlich führen müssten wird erledigt haben wir noch mal leben in die entstehung die flanke passt und da kommt danny walker zu spät links verteidiger will da noch aus bügeln was in der mitte verschlafen wird viel zu viel platz dort für james der sich genau die ecke ausguckt und den ball sauber platziert der verbal post zwischen mourinho und benitez hin und her gareth bale war mutter ball gewinnt kann er sich da jetzt alleine durchsetzen er probiert aus der distanz und der ball ist drin 2 0 79 minute die partie wirkt entschieden also das ist eine einzelaktion gewesen ball gewinn von bale der das hier erahnt und er sieht dass keiner mitgelaufen ist muss er selbst machen und er ist ganz schwer zu halten das sieht zunächst mal nach einem krassen torwartfehler aus aber sie sehen es der ball titscht noch mal auf hier ein blöder aufsetzer natürlich sieht er trotzdem unglücklich aus und der ball ist haltbar gar keine frage aber war nicht leicht